Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Eyes, ein kleines Indie-Horror-Spiel, was ich sehr gerne mal spielen werde. Und das jetzt auch machen werde. Ähm. Ich finde zwölfmal Money. Oh. Sieht schon mal sehr gut aus. Nur eins. Oh. Das war der Wind. Ich will das nicht spielen. Ein Auge. Oh. Was? Ich kann. Was war denn das jetzt? Verfolgt mich ein Auge? Na komm dann mal raus. Kann ich da wieder gucken? Aber zumindest habe ich mich selber ein bisschen. Weil ich schucke. Oh. Ah. Ah nein, nein, nein. Oh. Komm schon. Das war's. Mehr passiert da nicht. Das ist immer gleich stark normal. Das ist ja gut, wo war Nummer eins. Nummer eins war. Hä? Nicht hier? Muss immer mal den Schränk ein bisschen gucken. Aber ich weiß ja nie, was eins ist. Wie gesagt. Ich geh jetzt mal runter in den Keller. Was? Hä? Wo denn? Nein, 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 nein. Scheiße. Nein, ich kann nicht weg. Scheiße, nein. Oh, Mann. Warum? Nee, das kann's ja nicht sein. Da haben wir noch was. Oh, hier war noch eins. Oder auch nicht. Auch kein Auge. Doch da. Verändern sich immer. Die Plätze gefällt mir. Ich könnte... Die Plätze gefällt mir. Nein! 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 Geh weg! Geh weg! Nein! Ich komm nicht rein. Doch, ich komm rein. Wow, wie abgefahren. Haha. So, jetzt häng ich hier fest. So, wenn ich jetzt rausgehe, ist die bestimmt das... Ding, der fliegende Kopf, was auch immer. Da bestimmt draußen. Nein! Ich kann nicht weg. Wo ist das Vieh? Oh nein. Ist weg. Es ist... Wo ist es? Unten. Es ist unten. Irgendeine Tür. Ah, hier geht's doch hoch. Aha! 12! Oh, jetzt ist hier unten alles weg. Ne. Hä? Oh, von welcher sind wir jetzt gekommen? Nein! Nein! Nicht! Nein! Geh weg! Hau ab! Nicht witzig. Nein! Bitte geh weg. Ich muss es schaffen. Nein! Ach! Geschafft! Ich hab 12 von 12. Wie geht es weiter? Wie viel soll ich da noch finden? Wo muss ich denn hin? Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ich weiß lieber, das Vieh bringt mich jetzt einfach... ...wieder oben. Weil ich es so ein bisschen geschafft. Nein. Nein. Oh, nein! Oh, scheiße! Hab' da gedacht, vielleicht übersieht's mich. Naja, was soll ich jetzt noch machen? Ich hab's geschafft, ja. Naja, so prägend fand ich das Spiel jetzt nicht, aber... ...ich hoffe, es hat es trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.